Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu den Produkten, die GOB besonders gerne und darum auch besonders sorgfältig betreut, gehört ganz sicher das Brot. Und GOB Bäckermeister, die sind sehr stolz darauf, ihnen jeden Tag eine grosse Vielfalt von ofenfrischen und knusprigen Brotspezialitäten anzufügen können. Bis das Brot allerdings in feinen Duft im Laden verbreiten kann, muss noch Verschiedenes in Rollen kommen. Zwölf Eisenbahnen wegen vollem Mehl zum Beispiel. So viel, nämlich 114 Tonnen, braucht es für eine Tagesproduktion bei GOB. Der Nährwert vom Brot hängt übrigens weitgehend von der hochstehenden Mehlqualität von unseren Müllers ab. Und je höher der Ausmalungsgrad des Mehl ist, desto dunkler wird das Mehl. Und umso mehr Bestandteile der äusseren Kornschicht sind drin enthalten, wie zum Beispiel Mineralstoff, Vitamine und Kleine. Und damit wären wir beim dritten Berufsstand angelangt, der mit guter, fachkundiger Arbeit bei der Brotherstellung beteiligt ist, beim Kornlieferant, beim Bauer. In der Schweiz braucht man für Brotproduktion fast ausschliesslich Weizen. In verschiedenen Gebirgsregionen, in bescheidenem Umfang auch Roggen. Auch bei der modernen Brotherstellung hat sich nicht viel geändert. Das handwerkliche Können vom Beck entscheidet aber, was er mit Mehl, Wasser, Hefe und Salz anfangen kann. Kreativität ist gefragt und darum bringen GOB. auch immer wieder interessante Neuheiten heraus, wie zum Beispiel die beiden Spezialbrote mit weniger Salzanteilen für eine gesunde, gesundheitsbewusste Ernährung. An der Ausdauer und der kräftigen Beimuskulatur erkennt man den guten Wanderer. Aber auch erprobte Anhänger von diesem beliebten Freizeitspass brauchen unterwegs eine regelmässige Stärkung. Schokodrink, das gesunde Erfrischungsgetränk, gehört in jeden Rucksack. Mit gerber Schmelzkäse ist man gegen einen plötzlichen Hunger gewappnet. Ricola-Zitronen-Melissenhalsbonbon mit Vitamin C erfrischen bis zum nächsten Halt. Die leichten Midi-Beutelsalate helfen müden Wanderern wieder auf den Beinen. Brooklyn, der zahnschonende Kaugummi, gibt es jetzt auch im preiswerten Dreierpack. Und Spunti, der leichte Tonaufstrich zwischen zwei Brotscheiben ist die ideale Stärkung nach dem langen Marsch. Trocken und geschützt durch jedes Herbstwetter marschieren können Sie mit den Schuhen aus der neuen Diana Herbst-Kollektion. Im Diana-Katalog, wo Sie die Tage bei Ihnen im Briefkasten finden, können Sie sich orientieren über die aktuellen Angebote an praktischen und preiswerten Schuhmoden für die ganze Familie. Im neuen Diana-Katalog hat es übrigens auch einen Gutschein, den Sie bei Ihrem nächsten Einkauf einlösen können. Und jetzt noch schnell ein erfreulicher Hinweis für alle Freunde von feinen Teigwaren. Verschiedene Gala- und Napoli-Teigwaren haben abgeschlagen. Informieren Sie sich doch bitte in Ihrem Coop-Laden. Und jetzt ist wieder Zeit für das Coop-Rezept dieser Woche. Heute habe ich für Sie ein Rezept mit Aubergine vorbereitet. Das schöne, dunkel feienletten Gemüse stammt ursprünglich aus Indien, wo es sogar als Heilpflanzen verwendet wird. Bei Coop bekommen Sie die Aubergine das ganze Jahr. Besonders frisch und zart sind die einheimischen Produkte, die von Anfang Juni bis Ende September hauptsächlich im Tessin geerntet werden. Für unser Rezept braucht es zwei Aubergine. 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit Zitronensaft beträufeln und wenn es ein bisschen gezogen hat, dann trocken dupfen. Im heissen Öl auf beiden Seiten gut anbraten. Zu diesen brotenen Auberginen servieren Sie verschiedene Sausen. Zum Beispiel eine Saurahmsauce mit Knoblauchsalz und Pfeffer, eine Gewürtsauce mit Zeebeln, Peterli und Basilikum oder eine saursüße Tomatensauce mit Rotweinessig. Das genaue Rezept können Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche nachlesen. Wenn Sie übrigens diesen typisch leicht bitteren und den Geschmack der Aubergine milderen möchten, möchten Sie sie aufschneiden, salzen und nach ungefähr 10 Minuten wieder abspielen. Einen guten! So, das wäre es wieder einmal für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zeit gehalten. Anschließend zeigen wir Ihnen noch Coop-Aktionsangebote. Das sind alles Produkte, die Sie gut brauchen können. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es das Satrap Dampfbügelisse Vaporkontroll mit Stahlsohlen und Doppeldampf für nur 75 Franken. Alle Avela Damenstrumpfhosen sind jetzt 50 Kg günstiger. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 500 Gramm Coop-Kaffee Excelento statt 770 nur 670. 250 Gramm Coop-Kaffee Gonesseur statt 440 nur 390. 1 Liter Pepsi-Cola statt 1,10 für nur 85 Kg. Goldstahlspinat statt 2,20 nur 1,70. Liobareibkäse 4 Sorten 120 Gramm nur 1,90. 3 Dosen Katzennahrung Viscas statt 5,10 nur 14. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Liter Coop-Spieseöl statt 4 Franken nur 3,50. Tomaten per Kilo nur 2,40. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017